Wenn du heute quasi einsteigen dürftest, was könntest du heute noch selber davon fliegen? Oder was könntest du heute noch, wir gehen davon aus, wahrscheinlich die Position ist nicht mehr so sehr, aber kann man das Fliegen verlernen? Nach 22.000 Flugstunden, viele davon auf dem Jumbo, den würde ich schon noch sicher runterbringen. Ohne Zweifel, das gleiche gilt natürlich auch für eine 737. Auch für ein Airbus würde ich mir das zutrauen, bevor man da in unkontrollierte Situationen käme. Genau, also das heißt, das Fliegen verlernt man nicht? Nein, wenn man das mal kapiert hat, dann kann man das und dann fällt man auch nicht vom Himmel.